Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich heute Wochenstart Montag gleich mit einer Superzahl der 797 am 25.09.2023 im 7er Jahr, die 797. Sagt uns mit 7 der Kelchen, was möchte sich jetzt bei dir zeigen, was möchte sich erfüllen, wo liegen deine Gefühle und Wünsche, die noch im Verborgenen sind bzw. es hat sich das Ast der Stäbe gezeigt. Wo sind deine Talente noch verschüttet, wo hast du dich noch nicht ausgelebt oder stark zurückgehalten aufgrund deiner Hemmungen, aufgrund deiner Blockaden. Ja, schaut auch ein bisschen nach Depression aus, ich bin starr, ich kann nicht aus mir rausgehen, ich weiß nicht, wo es hingehen soll. Meine Gedanken blockieren meine Handlungen und auch die 10 der Schwerter hatten sich eigentlich auf den Kopf gelegt und jetzt zeigen sie sich offensichtlich, ich habe sie so hingelegt, na schau an, die 10 der Schwerter und jetzt darf es rausgehen aus diesen Blockaden, Hemmungen, ja dieses Zarmatern und vor allem sich zurückhalten zu lassen aufgrund äußerer Umstände. Ja, das darf sich jetzt neu entfalten, denn du hast auf jeden Fall die Auswahl, den Instinkt und du darfst deine Leidenschaft und deine Gegensätze zu einem wundervollen Perlenschatz dementsprechend kreieren und ausleben und folge deinem Stern, deinem inneren Navigator und jetzt ist das Auge offen, also die Intuition ist wieder geschärft. Hier bei den 8 der Schwertern war man noch völlig, ja, sichtungslos, man konnte nichts sehen, man hat überhaupt keinen Plan gehabt, verlauter Frustration und Angst. Und am Unterdeck, jetzt wird es spannend, hat sich der Barsche der Münzen gezeigt, also kreiere Neues. Was haben wir da unten noch drunter? Der Barsche der Stäbe. Ja, komm in deine Kraft, jetzt geht es voran in der 797. Und der Barsche der Kelche, lebe dich aus, deine Gefühle, du bekommst jetzt alles an die Hand. Jetzt wirst du wachgerüttelt in deinen Emotionen, in deinen Ideen mit Barsche der Münze und vor allem die Kraft ist dir gewiss. Und wir haben am Freitag dann den Vollmond im Witter, also bitteschön, die Kraft ist dir gewiss, der Einfallsreichtum ist dir gewiss, eine neue Basis zu erschaffen, neue Ideen auf den Weg zu bringen, deine Fähigkeiten und Talente dementsprechend auszudrücken, vor allem in deiner wundervollen Gefühlswelt. Ja, du darfst deinen Stern wahrnehmen in dir. Du darfst Freude, Spaß, Magie jetzt ins Leben rufen. Und dementsprechend darf sich Ass der Stäbe umdrehen und volle Kraft voraus. Namaste und einen wundervollen feinen Tag in der 797. Und die ganze Woche wird dementsprechend sich gestalten und neu ausrichten. Am 01.10. starten wir im Rat des Schicksals im goldenen Oktober durch. Und auch da haben wir gleich mal einen Portaltag. Und ich nehme mir ab dem 01.10. mindestens eine Woche Auszeit. Und ihr hört wieder von mir am 10.10.2023. So, 4 Minuten 34, 4, 3, 4, jawohl, jetzt reicht's. Und ich wünsche eine glorreiche Woche. Gerne auf meinem YouTube-Kanal liken, abonnieren, teilen, kommentieren und gerne wertschätzen, wenn du magst. Namaste, Love und Light, Claire ... ... ...